Auch Land of Genie hat eine neue Windel herausgebracht, die für den Juni 2023 angekündigt war. Sie heißt Panda und hat zahlreiche der süßen Tiere aufgedruckt, die herumkrabbeln, mit einem Ball spielen oder sich anderweitig beschäftigen, wie man es sich bei kleinen Pandas vorstellen würde. Im Gegensatz zu den letzten Windel-News hat man sich für einen einfachen, sprechenden Name entschieden. In letzter Zeit hat man ja öfter gesehen, dass Windeln zwar nach der Figur benannt werden, die hauptsächlich als Leitmotiv auf ihr zu sehen ist. Aber man wandelt diesen in Leech- oder Babysprache ab, womit er vermutlich neugierig machen und besser zu dem Teil der Kundschaft passen soll, die sich mehr für den Adult-Baby-Teil interessieren und solchen Namen zumindest teilweise sicher nicht abgeneigt sind. Durch diesen Trend fällt man mittlerweile tatsächlich wieder auf, wenn man solche Abwandlungen unterlässt und sich stattdessen für die direkten Begriffe ohne Abwandlungen entscheidet. Was da von euch besser gefällt, bleibt am Ende wohl Geschmackssache. Und der Name alleine wird wohl nicht darüber entscheiden, ob eine Windel erfolgreich ist oder nicht. Dafür braucht es dann schon etwas mehr, angefangen bei den Motiven. Hier hat die Panda-Windel gute Chancen, es gibt ein paar Motive wie zum Beispiel Bären oder mittlerweile auch Hasen, die beliebt sind und daher oft abgedruckt werden. Pandas sind eine kreative Idee, die man nicht auf jeder Windel sieht, mir fällt spontan keine zweite ein. Dazu scheint sie ziemlich detailreich bedruckt worden zu sein. Neben den Pandas sind noch zahlreiche kleinere und größere Spielzeuge abgebildet. Als ich die Windel das erste Mal sah, wirkte sie voll und es brauchte etwas Zeit, um alle Motive zu entdecken. Von den Bildern her sehen die Drucke auch recht hochwertig aus. Wobei man mit der Einschätzung natürlich vorsichtig sein sollte, ob die Windeln genauso aussehen oder vielleicht etwas weniger kräftig von den Farben, kann man erst bei einem Praxistest beurteilen, nicht von Produktbildern des Herstellers. Das Versprechen, die Windel im Juni 2023 herauszubringen, wurde eingehalten. Sie ist seitdem im hauseigenen Shop erhältlich. Auf Amazon soll man sie auch kaufen können, allerdings richtet sich das wohl an den Markt in den USA. In Deutschland kann man sie dort derzeit nicht finden. Wunderst du dich, dass du noch nie von Land of Genie gehört hast? Große Marken wie Reas oder Abu sind seit vielen Jahren im Geschäft, haben viele Windeln und andere Produkte auf den Markt gebracht, von denen einige ziemlich verbreitet geworden sind. Land of Genie ist dagegen ein ziemlich neues Unternehmen, das erst im Jahre 2022 gegründet wurde. Es gibt in letzter Zeit einige Neueinsteiger, in den Windelneuigkeiten Nummer 3 hatte ich euch die Comfy Cups vorgestellt. Sie ist 2023 erschienen, das Unternehmen dahinter wurde 2019 gegründet, ist also ebenfalls noch nicht lange am Markt. Obwohl ich mit vielen Windeln der großen Marken zufrieden bin, finde ich das einen positiven Trend. Mehr Auswahl ist immer gut, so gibt es für jeden Geschmack irgendwann eine passende Windel. Schauen wir uns die Panda noch etwas genauer an. Der Hersteller hat im eigenen Shop ein paar Bilder in hoher Auflösung. Das finde ich praktisch, da man so ein besseres Bild von der Windel bekommen kann, vor allem für diejenigen unter euch, die sich genauer für das Design interessieren, ist das hilfreich. Die Windel selbst ist aus Folie und hat vorne eine Klebefläche, sodass man sie mehrmals wieder öffnen und verschließen kann. Laut Produktseite wird die Außenfolie als dick und robust beschrieben. Außerdem soll die Windel Gerüche binden können. Wie viel kann diese Windel aushalten? Laut Hersteller mehr als 5 Liter, wobei keine ISO-Norm angegeben ist, man weiß also nicht, wie genau dieser Wert ermittelt wurde. Die Packung ist typisch durchsichtig wie bei vielen ABDL-Windeln. Eine genaue Stückzahl fehlt leider in der Beschreibung. Anhand der Bilder habe ich 10 Stück gezählt. Im eigenen Shop kostet die Packung 39,99 Dollar. Das macht einen Stückpreis von rund 4 Dollar. International ist die schwer vergleichbar. Umgerechnet entspricht das einem Stückpreis von 3,63 Euro. Außerhalb der USA, wo das Unternehmen sitzt, muss man noch mit höheren Versandkosten sowie gegebenenfalls Zoll rechnen. Wie so oft ist der Import auf eigene Faust daher meist deutlich teurer. Bei den Größen geht Land of Genie einen weniger üblichen Weg, der aber zunehmend an Verbreitung gewinnt. Nur M und L werden angeboten. Bei vielen Windeln hat sich M, L und XL eingebürgert. Die Reduzierung der Größen scheint ein Trend zu sein. Vor allem die kleinsten und größten Größen trifft es. Manche andere Windeln haben auch die kleinste S oder Zwischengrößen zwischen S und M eingestellt. Diese werden wahrscheinlich nur von einem vergleichsweise kleinen Teil der Menschen gekauft und lohnen sich daher finanziell weniger. Diese Entwicklung ist nicht für jeden ein Problem. Ein paar von euch haben mir kommentiert, dass sie sich eine bestimmte Windel in XL wünschen. Vereinzelt auch S. Insgesamt finde ich diese Windel interessant. Einen Praxistest habe ich jedoch vorerst nicht geplant, da bisher kein Shop in der EU diese Windel importiert hat. Selbst importieren wird viel zu teuer. Ich werde daher vorerst abwarten und weiter beobachten. Land of Genie hat bereits andere, ebenfalls recht neue Windeln herausgebracht, die nach etwas Wartezeit auch in der EU von Shops verfügbar waren. Das passiert nicht mit allen Windeln und dauert ein paar Monate, aber hier sehe ich die Chancen gut. Außerdem ist der Preis dadurch deutlich besser geworden, bei der Bunny sind es 26,90 Euro pro Zehnerpackung. Auf der offiziellen Seite des Herstellers kostet diese mit 38,99 Dollar nur ein Dollar weniger, als die neue Panda. Sofern sie in der EU importiert wird, kann man also davon ausgehen, dass sie für unter 30 Euro verfügbar sein wird und damit preislich in einer ähnlichen Liga, wie die meisten ABDL-Windeln. Wie findet ihr die Panda? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bleint trocken und vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, um keine Windelneuigkeiten und Praxistests mehr zu verpassen.